Herzlich Willkommen zurück zu GTA 3 mit unserer Mission mit unserem Freund Claude und der nächsten Teil von Joey's Bissett kommt zwischen 16 und 14... Da gibt es einen Job hier, das heißt wir dürfen ein bisschen warten Also es gibt keine Missionen, keine Zeit Gut, dann machen wir heute weiter, noch mal die Luigi Also ich wollte heute ein bisschen Joey weitermachen, aber irgendwie aber Sag mal bitte nicht, dass ich da wenigstens auch machen kann Okay, gehen wir zum Luigi Sagen wir mal Joey dann da mal So Top-Action-Thriller Das hört sich nach Schütterschießerei an Some Diablo Scumbag has been pimping the scuzzy bitches in my backyard Go and take care of things for me If you need a piece, go around back of Amno Nation opposite the subway Hm So, kann ich mich irgendwo verstecken, oder? Ach so Äh Steuern Steuern Anscheinend nicht Sch03 Und die ist an der eigentliche Dann gehts heute los. Ich habe jetzt mal das Auto verfolgen. Ich werde dir fahren. Was? Wir haben uns gerade gegenseitig weggeschossen? Och, leck mich doch am Arsch. Ich habe natürlich alle meine Waffen verloren. Ja, geil. Ja, geil. Na guta, wo wir aus Doma Das Spiel ist aber ein bisschen hart, wie gesagt, das Spiel ist Stand heute 18 Jahre alt. Ich muss sagen, ich werde zurück in die Stadt. Gut, dass ich glaube, dass der Team nicht hier kommen kann. Das ist ein Tastig, Klamathal. Das ist ein Tastig, Klamathal. Was? Das ist ein Tastig, Klamathal. Das ist ein Tastig. Und das ist ein Tastig. Das ist ein Tastig. Das ist ein Tastig. Ich bin ein Tastig. Ja, das war mir schon klar. Komm, gib mir... Oh, Mann, wird da stehen! Oh, fuck you! Hau ab mit einer scheiß Karre gepär. Mein Gott! Meine Fresse, Junge. Ich will die Typen nicht haben, ne? Das ist anders, wir nehmen die Karre. Ich will die, Junge. 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 Ah! Luig, du sagst, du brauchst ein Stück. So geh nach der Brücke, ich lege dir 9 in der Yard. Die ist ein bisschen robuster als normales Auto. Die muss ich demnächst noch auf die Reihe bekommen, das kann doch nicht sein, dass wir hier ständig fehlen. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir hier ständig fehlen, die Leute. Das kann ich jetzt hier. Das ist was ich nennen, ein Brody! Das ist das, was ich nennen, ein Brody! Das ist das, was ich nennen. Was ist das, was ich nennen? Ja! Oh, komm her! Ja, leck mich doch! So? Ich bin in die Wrong-Warehole! Das ist so... Oh my god, where are you with me? Keep moving, Lorova. I'm an idiot. Get to China. I don't deserve this. Keep moving, Lorova. I'm an idiot. Keep moving, Lorova. So. Im Knallbumbefekt machen wir es mal eben kurz Feierabend hier. Meine Fresse. Irgendwann muss auch mal gut sein. So, jetzt ist man sich erst mal in den Kopf gekommen. Puh. Gunderbar. Gute Kopf sind wir los. Gute Kopf wer kein feld davon ist die ganze täglich versteckt und da werde ich nicht exklusiv hier suchen sondern nur ja ich habe mich gespeichert heute ja liebe leute da steht ps2a es ist die ps4 version hier die wir spielen gut damit ist auch mal feierabend wir sind zu der nächsten folge wieder bei let's play gta 3 und dann schauen wir mal wie sich die ganze story hier noch so entwickelt bis dann und tschüss